Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Für Hitlers Deutschland wird die Sonne nie wieder aufgehen Kann ich auf Sie zählen? Jedes Problem auf der Welt ist lösbar Durch den sorgsamen Einsatz von Sprengstoff Der Trick ist nicht dabei zu sein, wenn er explodiert Zehn Minuten Eine für den Kontrollpunkt, zwei für den Weg Eine zum Bunker und sechs um rauszukommen Jede Menge Zeit Aber bedenken Sie, nichts verläuft je genau nach Plan Operation Valkyrie ist in Kraft Wenn die SS sie erwischt, wird man sie zerfleischen Wenn ich versage, wird sie euch abholen Euch alle Ich weiß Ist Ihnen klar, was Sie da tun? Wir sind aufgeflogen Jede Sekunde, die wir hier streiten, ist verlorene Zeit Wenn Sie die Nacht überleben wollen, tun Sie jetzt genau, was ich sage Warum solltet ihr stärker sein als der Lauf der Geschichte? Mein Führer, darf ich vorstellen Oberst Stauffenberg Operation Valkyrie, das Stauffenberg-Attentat Danke fürs Zuschauen Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da Und auch ein Abo Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren !